4 zu 4 Es geht noch 50 Sekunden und an der Scheibe ist Barinev, führt sie heraus. Nur noch ein Verteidiger beim KC, ganz klar, man riskiert alles. Pass noch rüber zu Green Bank und Barinev und Kocher und Tor! Tor durch Kocher, das ist die endgültige Entscheidung. 5 zu 4, 5 zu 4 für Feldkirch. Ein bitterer Tag natürlich für die Heimmannschaft. Jetzt ist Enttäuschung, Resignation beim KC weit und breit. Und Jubel und Freude bei Feldkirch, eine Mannschaft, die schon geschlagen schien. Noch einmal, Pöck, aber da ist Green Bank und Barinev, ganz allein. Noch einmal Barinev und Tor! 6 zu 4! 6 zu 4 durch Barinev.